3,2,1 los Habe ich mal, weil ich mir den ersten Ball gekrosspielen hatte? Sie sind so schlimm. Nee nicht mal exactly los. Aber es ist so schlimm. Das ist so schlimm. Aber es ist so schlimm. Mach ich nicht mal. Weil ich nur der erste Ball gekrosspiele hatte. Was machst du dir? Ja, das brauchst du nicht mehr. So, ich muss nur noch einsetzen. Oh ja, das ist ja mein Lieblingsfluss. Ganz vorsichtig. Jetzt müssen wir noch in der Fußseite wandeln, wenn es nicht kommt und durcheinander. Wie ist das? Seien wir durch? Ja, hier. Der blaue hier. Du redest nicht. Hallo. Du musst konservieren. Nur noch geht das, ja? Und wir werden das für einen noch einen anderen weiterreden. Das ist praktisch, dass der so nicht so kippsgebürt ist. Weil ich kann das sozusagen nicht. Gibt es keinen Würfel, den du hattest. Ja, super, das muss der so sein, oder? Ja, da braucht es so gut. Das wird doch. Das war das für einen Aufwand. Ich würde es machen eigentlich. Wuhh, 4L skip. Daniel, stellst du 4L skip. Du stellst die 4L skip und würdest zählen. Ich will halb weit machen, muss ich sagen, den Puls geben. Bei Meinung hat es 2,4 L-Kips und 1,4 L-Kips. Halb weit machen, was mehr es gibt, oder? Halb weit ist nur was mehr es gibt, oder? Ja. Wenn er einen X-Kloss gibt, dann zählt das. Ich zähle keine, weil ich mache einen X-Kloss. Wir müssen in der Reihenfolge mit dem nicht durcheinander kommen. Aber du müsst echt eine nach dem anderen, das kommt schon immer aus, dass es keinem ist, oder? Ja. Wir sind in der Moistra mit ein bisschen, dann gibt es noch nicht weiter. Das ist der A3, oder? Ja, das ist der A3, oder? Ja, das ist der A3. Ja, das ist der A3. Mach mal weiter. Mach weiter. Mach weiter. Nichts gemacht. Nichts gemacht. Oh, dann haben wir schon mal. Ja, gut. Ja, genau. Dann machen wir mal Hände mit. Dann machen wir mit dem linken Fuß. Jo. Nein. Ich bin, in Fernsehen. Das ist so ein Umsatz. Boah, der ist echt extrem. Der da. Meiner. Du bist aber echt... Ruhe ist Şimdi, gleich meiner. Ah, Juh, Mof. Und nein. Das ist eindeutig meiner, denn da findet man einen abgeschnittenen Fall. Ja, weil die Ecken so scharfen, dass die Massen auf den Nägel gehen und dann biegst sie auf. Und dann war alles von Arsch. Wie viel Daten jetzt schon? Daten 21, also 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22. Und das bei 3 Minuten. 3 Minuten, nein, hier bitte. So gut ich auch nicht. Natürlich bist du Dornstein-Stefan. Huben. Der Stefan ist Uberhubi. Uberhubi. Uber. Uberhubi. Also jetzt sagen wir mal die abgeschrittenen Teile. Das ist deiner. Hier, da sind so die Uber abgeschritten. Das sind sehr einfach. Wie war eigentlich das Tränen? Sie haben mich damit antreten lassen bei der WM. Ist das Text oder? Ich glaube, das ist für mich wahr gerade. Schlimm. Ist das besser Text statt, oder? Smooth. Ein bisschen Text statt besser. Aber ich möchte es wieder zurück zu stickern, weil es viel angenehmer ist. Ja. Ist einfach mehr für... Ich will ein bisschen eigentlich Bright-Teile darin sehen. Gibt es ja eh schon. Echt? Also Fluores sind die Orange-Bits und das Grün auch schon. Aber die finde ich so gute Teile. Von der Farbe her. Das könnte ich in der Sonne liegen lassen. Sehr gut. Ich höre auch die Finger davon. Aber ich habe überlegt, so... äh... Live-Blue-Taste teilt. Aber die sind dann auch wieder teurer. Und ich glaube, dass wir stick und früß dann... Oh! Die ersten 21 sind... 21! Jetzt wo im Monat! Und das nach 4,50! Ganz knapp nichts abweich. Die ersten 21. Nicht? Ne! Das ist der 21. Achso! Ja, ganz knapp nicht. Geht schon! Da müssen wir auch ein bisschen mehr Gas geben. Wir haben ein paar Chips noch. Dann... Dann geben wir ja ich. Dann machen wir mal. Und Daniel's Crambles. Wir brauchen eindeutig mehr Stamles. Hey Shiga! Das ist Shiga aus Slowenien. Spian, Jonathan, Moritz, Stefan. Er macht heute einen Durchschnitt von 42 in den Marathon. Und das ist Daniel. Leute, das ist Shiga. Heißt richtig ausgesprochen? Hm? Heißt richtig ausgesprochen? Ja, der Shiga. Ja. So wie die Garage. So. Gut, der von der Restlichen muss der jetzt in 2 Minuten machen, weil der Akku hält nicht mehr hin. Echt? Das kriegen wir noch. Ja. Das müssen wir noch. Das müssen wir noch, ne? Ne, mit äh... Stimmt eigentlich, ja? Wenn der Blaue wieder da liegt... Ja, der Blaue ist schon wieder da. Ja. Jetzt müsste sich einer das bisschen... Einfach hier aufscharfen. Ja. Ja. Lösen. Ja. Lösen. Ja. Lösen. Lösen. Ja. Das ist doch nicht schlecht. Ja. Gelb oben. Und auch noch. Blaue. Nee. Da ist oben. Doch, weil der Hubis nicht drauf ist. Achso, die müssen überall Österreich reinbringen. Kommt. Ja, die müssen schon gelöst sein im Blut. Okay. Und dann drehen wir Österreich ein. Also so Sicherheit muss sein. Also grün auf der Seite. Oh schon. Hubis. Achso. äh der ist immer rumgekehrt mein Freund was soll das sein? meister denn so was ist das? das ist die Finger-Train das wäre jetzt was für mich wäre genau und geht der jetzt schon möglichst einzeln so und dann halten das kann man nicht halten das wäre wirklich das Haus aber lieber vorher man merkt schon dass es irgendwie besser ist ja wir sind bei 7.5 und das schaut sehr gut aus und das sollte man auch nicht messen na ich denke wir sind verfügt oder was? ja sehr ungestreng wir stehen heute wir stehen heute für dich lädt wie geht es jung schau wen die Hände bitte schau wen die Hände püchern jetzt hältst du es pensstj der zieht letztlich der steht letztlich genau sieht der Moderator drüber ein du 11 fastest Narrativ Amuru, Omuru, Umuru, Juhu Kakajina, Juhu Nakayama, please come to the stage. Steffen Huber, fastest Austrian Cuber, Strong Outsider. Ich weiß es immer, Rot-Weiß-Rot mit den Cubes. Ich brauche schon die Tafel, die Steffen ist dagegen, wenn wir die Tafel sein sollten. Ja, aber nicht mit den Cubes, sondern im Gesamten. Ja, genau, Baby. Also, Rot, 21 lässt sich für so drei sein. Der Letzten hält der Huber in der Hand. Und den ist auch jemand, wen hat's jetzt? Vielleicht sollte man erst den Bild gehen, dann wollen wir ihn auch sehen. Ja, genau. Das wird sich ganz knapp nicht, äh ne, das stimmt. Nein, nein, nein. Komm Stefan, hau rein! Nein, wenn's so, ey, das macht die Augen endlich aus. Ja, das muss ich nicht mitmachen. Ja, das muss ich nicht mitmachen. Ja, das muss ich nicht mitmachen. Nicht nur Inspection, glaub ich. Wir müssen das mal ein bisschen cutten, sonst ist eigentlich auch schon geblieben, also. Vor allem, wenn wir... Immer wieder gemischt, ne? Ja, ja. Müsste 10 bei jedem haben. Das schaffst du, komm. Das schaffst du, Stefan. Hey, das schaffst du, Otto. Ach so. Ich glaube, weiß ich nicht mehr, scheiße, wie... Der ganze Geweiße, ja. Ah, bäh. Ja, noch geht's nicht aus, du musst eigentlich übern zwei Sekunden machen. Ja. 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 Wir sind bei 10 Minuten. Wir hätten's ja geschafft, ja. Wir vor allem. Ja, ey. Und vor allem, es war nicht mein Cube, der da gepoppt ist. Mein 8, 2. Ja. So, Mona, pass auf. Auf die Uhr. Nicht so, muss doch nicht sein. Der letzte Zoll. Der letzte Zoll. Der letzte Zoll. 10,25, achten mal. Ist okay. 10,25. Einen Applaus. So, jetzt gibt Moritz den Unterwisch wieder. Ja. Abschuldigung.